Hoi! Super, dass du dich für Klarinetten interessierst. Das ist ein wunderbares Holzinstrument aus schwarzem Ebenholz, das einen wahnsinnig sanften Klang hat. Mit den Klarinetten kannst du ganz unterschiedliche Musik spielen. Du kannst zum Beispiel klassische Musik machen, auch in einem Orchester spielen, Filmmusik oder Jazz in einer Jazz-Kombo, oder auch Ländlermusik mit Schweizer Örgeli zusammen. Musik 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 Im Unterricht spielen wir oft zusammenspielen. Das Wichtigste ist nämlich, dass man zusammen musiziert. Das macht am meisten Spass. Wenn du mal ein wenig Erfahrung hast, kannst du auch in der Band mitspielen. Das ist dann natürlich ganz toll. Ich freue mich auf deine Anmeldung. Ich freue mich auf deine Anmeldung. Ich freue mich auf deine Anmeldung.